das alcatel idle 3 hatte ich euch ja schon mal auf dem mobile world congress kurz vorgestellt ihr erinnert euch zwei versionen 4,7 zoll 5,5 zoll das ist jetzt die finale version des großen des 5,5 zöllers und ich habe viel mehr informationen erste testergebnisse für euch und vor allen dingen beispielsweise auch was zur oberfläche wie diesen doppelklick hier zum aufwachen da muss man glaube über das gerät erst mal genau wie bei htc ein bisschen bewegen und dann beziehungsweise doppelklick auch wieder um das in den schlafmodus zu versetzen das natürlich insofern doppelt wichtig bei so einem gerät ihr erinnert euch der besondere trick war ja oben wie unten jeweils ein mikrofon und ein lautsprecher verbaut das heißt es ist völlig egal ob man das gerät so rum ans ohr hält zum telefonieren oder so rum klar der display inhalt der dreht sich mit aber wie gesagt der trick ist dass sich oben wie unten lautsprecher und mikrofon habe und gerade wenn man das so aus der tasche nimmt und man erst mal gucken muss wie rum ist denn jetzt richtig verliert man wertvolle sekunden und deswegen ist das finde ich ein durchaus sinnvolles feature und gerade dann kommt es natürlich darauf an dass man sagt ich muss nicht mehr nach diesem ein au stand by taster suchen sondern einfach doppelt klick hier auf den bildschirm und dann ihr seht dreht sich das einmal vision oder was auch immer man für eine display sperre dann aktiviert hat und anschließend hier wieder auf eine freie stelle tippen und dann ist das ding wieder im stand by modus ihr kennt das feature aber gerade bei so einem gerät wo ich sage es kommt nicht mehr auf oben oder unten an ist das natürlich doppelt wichtig einzige sache ist natürlich dass man hier für die selfies hier vorne da muss man natürlich die kamera schon hier oben halten es geht natürlich auch da unten aber es ist halt ein etwas komischer blickwinkel hier von so tief da unten es ginge zur not auch rückwärtige kamera sowieso da ist es völlig egal ob man das so oder so hält und bei den selfies ja wie gesagt wenn man auf die optik nicht so einen dollen wert legt übrigens noch mal bei der gelegenheit wollte ich auch noch mal dazu was sagen ihr erinnert euch 8 megapixel frontseite 13 megapixel rückseite das gilt aber in beiden fällen nur dann wenn ich akzeptiere das 4 zu 3 format ist ja eigentlich veraltet heutzutage alle displays insbesondere natürlich auch von smartphones eigentlich 16 zu 9 dann habe ich eine auflösung hier vorne von 5,1 megapixel und die hinten 9,4 megapixel videos auf beiden übrigens full hd und dieses 4 zu 3 problem das ist als überhaupt nicht nur auf alcatel gemünzt das sehe ich leider immer noch ich verstehe es gar nicht bei sehr sehr vielen ich würde sagen sogar sagen bei der mehrheit der aktuellen smartphones in allen preisklassen sehe ich das immer wieder schade eigentlich da muss ich noch auf jeden fall was tun was gibt es noch zu wissen android 5 0 2 bedeutet aktuellste version und vor allen dingen ihr seht das zum beispiel hier bei den schnell zugriffen da wurde fast gar nichts bis auf diesen doppelt ab beispielsweise geändert bedeutet auch einstellungen hier ganz genau so wie man das gewohnt ist von android 5 auch hier das menü sieht exakt identisch aus bedeutet aber auch ich kann hier nichts individualisieren das ist zwangsweise automatisch immer nach alphabet sortiert alles was ich individuell haben möchte muss ich hier auf den startbildschirm erledigen also hier per drag and drop das kennt ihr oder eben halt hier solche ordner dann bilden von daher ist es auf der einen seite positiv fast natives android auf der anderen seite eben halt gibt es dann auch ein paar nachteile dabei und das zweite was alcatel noch geändert hat das sieht man hier im lockscreen dass man hier auf einen doppelklick diese fünf applikationen schnell starten kann die kann man auch nicht editieren wie die schnell zugriffe das wisst ihr auch ich glaube man muss das ding vorher bewegen wie bei htc und dann funktioniert das erst mit diesem doppelt tap eigentlich so musik starten selfie starten das hier ist ach genau neuer kontakt hinzufügen genau und das letzte wäre dann noch dass ich einen qr code reader warum ausgerechnet den dann von hier aus starten kann mit einem doppelklick naja gut wie gesagt wäre schön wenn man die dann noch ändern könnte aber momentan zumindest ist es nicht der fall wo ich hier gerade noch einen blick auf die lautsprecher werfe das hat natürlich auch noch einen vorteil ich habe stereo frontlautsprecher darf man nicht vergessen und das ist gerade bei einem video finde ich persönlich immer wenn man videos sieht bedeutet natürlich querformat viel besser als beispielsweise im iphone da sind die ja hier unten eingebaut wenn ich das ding also so wenn ich bahn fahre oder was weiß ich wo hält man das ja in der regel irgendwie beim iphone muss man dann ja immer den hier machen damit man hier ja nicht oder oder so damit man ja nicht hier die lautsprecher verdeckt das ist hier sehr viel günstiger finde ich immer mit diesen lautsprechern hier und vor allen dingen die sind richtig dick und fett im sound ich ich gebe mal kurz hier was wieder so soll erreichen ihr merkt schon richtig für ein smartphone zumindest dicker fetter satter bass und es scheppert nicht das war maximale lautstärke da kommt ordentlich was raus wir werden natürlich auch noch mal einen check machen gegen das also einen soundcheck gegen das gegen den antierende weltmeister sozusagen den inoffiziellen das htc one m9 hier mit den frontlautsprechern da bin ich auch schon sehr gespannt drauf aber das hört sich schon mal alles sehr gut an gefällt mir ausgesprochen gut ihr erinnert euch außerdem es gibt hier jeweils zwei versionen also vom kleinen 4,7 und vom großen 5,5 und zwar gibt es hier diesen doppelschacht da kann ich dann entweder eine version erwerben also leider nicht kombi ich muss mich vor dem kauf entscheiden entweder dual sim dann passen hier zwei sim karten hintereinander oder eine sim und hinten eine micro sd karte heißt ich kann entweder dann in der dual sim version muss ich mit dem vorgegeben internen speicher auskommen das sind dann hier bei der großen version 32 gigabyte bei der kleinen 16 gigabyte und wenn ich sage ich möchte gerne die version hier mit der sd karte dann ist es jeweils die hälfte also großen 16 gigabyte intern plus karte und beim kleinen 8 gigabyte das ist dann natürlich netto 4 gigabyte immer schon ein bisschen grenzwertig finde ich weil man kann ja bekanntlich nicht alle apps immer auf die sd karte raus lagern aber trotzdem ich habe die wahl und die sd karten werden auch gleich offiziell bis zu 128 gigabyte unterstützt also da hat man gleich auch ordentlich was finde ich ein gutes konzept dass man halt verschiedene display größen hat wobei beim kleinen ist der snapdragon 410 verbaut hier ist der 615 verbaut bedeutet beim kleinen vier kerne hier acht kerne und hier sind es dann vor allen dingen vier mit 1,5 und vier mit 1,0 gigahertz zwei gigabyte arbeitsspeicher und ihr wisst da mache ich dann immer zwölf benchmarks mit mehr als 50 erfassten einzelwerten und daraus bilde ich dann ein gesamtresultat in den benchmarks um so einzelne schwankungen auszugleichen und da liegt das idle 3 mit dem snapdragon 615 16 prozent unter dem allgemeinen durchschnitt muss man aber immer ja auch auf den preis umrechnen und der ist jetzt derzeit straßenpreis hier also uvp 340 euro beim großen 270 euro beim kleinen egal ob dual oder single sim variante und straßenpreis hier derzeit zum start etwa 300 euro und dann ist diese leistung des prozessors sieben prozent überdurchschnittlich im preis leistungsverhältnis prozessor leistung zum preis sieben prozent geht also durchaus in ordnung das beste ist aber tatsächlich wirklich das display denn zum einen es ist halt nicht nur groß 5,46 zoll oder 139 millimeter in der diagonale sondern ja auch full hd also 1080 x 1920 pixel dadurch wir können da ja auch gerne mal uns das hier näher anschauen ich gehe mal ein bisschen näher drauf sehr sehr ordentliche schärfe hier von 403 ppi 13 prozent überdurchschnitt also kein neuer rekord aber sehr sehr ordentlich das sind keine allzu großen schriften hier oder ich kann hier nochmal so ein bisschen durchblättern oder auch hier ins menü gehen also ordentliche leistung und vor allen dingen ihr seht das auch hier schon an diesem hellen hintergrund ich habe gemessen eine helligkeit von 578 candela pro quadratmeter heller noch als die iphones 47 prozent überdurchschnitt also sehr hell deswegen auch draußen im freien immer noch halbwegs gut lesbar und nicht zuletzt ips dual domain bedeutet die subpixel sind abwechselnd links und rechts sozusagen angeordnet deswegen ist das auf zwei ebenenblickwinkel stabil also noch besser auch aus das ist natürlich jetzt hier bei den reflektionen immer schwer nachvollziehbar trotzdem ich hoffe ihr glaubt mir dass also auch aus egal aus welchem winkel sozusagen immer sehr gut noch lesbar sprich das display ist wirklich ein absolutes highlight es ist scharf es ist hell es ist qualitativ hochwertig es ist groß und das dann für 300 euro straßenpreis ohne irgendwelchen vertrag dabei oder sowas das kann sich wirklich sehen lassen also sehr sehr gutes display an dieser stelle und ihr habt gehört der snapdragon prozessor ist immerhin für den preis ordentlich so große preisfrage ist natürlich aber hier ihr seht natürlich ich habe sehr sehr flach 7,4 mm lediglich ist natürlich klar ich kann den akkudeckel nicht öffnen akku ist fest verbaut der hat 2910 milliampere stunden das klingt jetzt wenig für 5,5 zoll und deswegen kommt es immer dann auf die testergebnisse an heißt bei mir dauer video wiedergabe bei 200 candela pro quadratmeter also relativ düstere display beleuchtung automatik natürlich deaktiviert flugmodus da hält der kandidat hier 505 minuten lang durch das ist ein naja moderat gutes ergebnis sechs prozent über durchschnitt aber muss halt überlegen 5,5 zoll wenn man das rein rechnet liegt dieses ergebnis sogar 18 prozent über durchschnitt also sehr sehr gute laufzeit auch vom akku führen 5,5 zoller und damit muss man ja dann das dann vergleichen und auch das finde ich sehr ordentlich dann wieder gerade angesichts dieses preises kann man glaube ich sehr gut mit leben an dieser stelle und deswegen sowieso lte hatten wir schon dual ch spa lediglich wireless lan a 10 nicht aber immerhin weil es lan n 5 gigahertz unterstützt hat natürlich jetzt kein ip schutz oder fingerprint reader oder oder pulssensor oder sonst irgendwie sowas klar kann man glaube ich auch in dieser preisklasse nicht erwarten ob man das auch wirklich in der praxis regelmäßig braucht lasse ich jetzt mal dahingestellt sein also weiterhin sehr guter erster eindruck oder zweiter eindruck auch hier muss ich ganz ehrlich sagen deswegen bin ich schon sehr jetzt auf den finalen test gespannt euch danke ich fürs zuschauen macht's gut bis bald ciao